Herzlich Willkommen zu unserem Posaune-Podcast von jedem Wort leben. Warum die Ehe? Die Menschen heiraten nicht mehr so wie früher. Es heiraten weniger Menschen, mehr Menschen sind gar nicht an der Ehe interessiert. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist inzwischen legal und öffentlich akzeptiert. Jüngere Menschen gehen sogar in höherem Maße Beziehungen mit mehreren Partnern ein. Viele Menschen sind über diese Trends beunruhigt, haben aber keine stichhaltigen Gründe, um ihre Überzeugung zu untermauern. Dies offenbart eine tiefe Verwirrung über die Ehe. Warum heiraten wir? Mehr als je zuvor muss diese Welt den wahren Zweck hinter dieser wichtigen Institution des Familienlebens verstehen. Nun, heute möchte ich Sie auf die Broschüre von Herrn Herbert W. Armstrong aufmerksam machen, Warum heiraten? Ist die Ehe überholt. Die Ehe ist wirklich eines der größten Geschenke, die Gott der Menschheit gemacht hat. Und wenn Sie die tiefe Bedeutung verstehen, die in dieser familiären Beziehung steckt, wird es Ihren Verstand verblüffen. Diese kleine Broschüre kann Ihnen dieses Verständnis vermitteln, wenn Sie bereit sind, es zu empfangen. Und wie immer sind alle unsere Bücher und Broschüren, unsere gesamte Literatur, ist völlig kostenlos. Sie können sie auf unserer Webseite dieposaune.de beantragen, indem Sie sie in den Warenkorb legen und einfach Ihre Adresse eingeben und dann wird sie Ihnen schnellstmöglich zugeschickt. Sie können uns natürlich auch immer unter der E-Mail-Adresse info.atiposaune.de erreichen und wir werden Ihnen gerne Ihre Fragen beantworten und Ihre Bestellungen bearbeiten. Nun, diese kleine Broschüre kann Ihnen dieses Verständnis vermitteln. Also lassen Sie mich Ihnen etwas von dem mitteilen, was Herr Armstrong zu diesem wichtigen Thema geschrieben hat. Und das meiste, das wir heute besprechen, ist von Herrn Armstrong und gibt Ihnen ein tieferes Verständnis über die Ehe und warum Gott sie geschaffen hat. Er schrieb, halten Sie ihn und denken Sie einen Moment nach. Warum hat Gott die menschliche Beziehung der Ehe bestimmt? Die alte, repressive, dualistische Moral lehrte, dass der einzige Zweck von Sex die Fortpflanzung sei. Aber wenn die bloße Fortpflanzung der einzige Zweck von Sexualität wäre, dann wäre die Ehe nicht nötig. Gott hat die Tiere männlich und weiblich gemacht. Tiere pflanzen sich fort, aber sie heiraten nicht. Die Ehe ist nicht notwendig, um sich fortzupflanzen. Erkennen Sie dies. Verstehen Sie die Wahrheit. Wir können uns durch Sex auch ohne Ehe fortpflanzen. Das ist in der Tat eines der größten Übel der heutigen Welt. Es gibt viel zu viel Fortpflanzung, sozusagen ohne Ehe. Tiere pflanzen sich fort, aber Tiere heiraten nicht. Sie brauchen wenig oder gar keine Belehrung oder Unterrichtung. Haben Sie schon einmal die Geburt eines Kälbchen gesehen? Die Mutterkuh muss für die Geburt ihres Kalbes weder einen Geburtshelfer anrufen, noch in ein Krankenhaus gehen. Sobald es geboren ist, fängt das Kalb an, auf die Beine zu taumeln, während die Kuh einfach nur dumm dasteht und wartet. Sie muss ihren Kalb nicht beibringen, wie man geht, wie man sein Futter nimmt, wie man irgendetwas tut. Anfangs ist das Kalb noch etwas wackelig und unsicher, aber schon nach ein oder zwei Minuten steht es auf und läuft. Wie lange jedoch braucht ein menschliches Kleinkind, um laufen zu lernen? Normalerweise ein Jahr und oft mehr. Aber das neugeborene Kalb läuft fast sofort. Niemand bringt es ihm bei, das Grab hat ein Instinkt. Und wohin fängt es an zu laufen? Es bekommt von niemandem Anweisungen. Es beginnt zu laufen, um sein erstes Abendessen zu bekommen. Es weiß, wohin es gehen muss. Und die Mutterkuh steht einfach nur stumm da, während ihr Kalb ihre Milch saugt. Und wo ist der Vater, der Stier? Das ist schwer zu sagen, vielleicht meilenweit weg. Wahrscheinlich ist der nirgendwo zu sehen. Und bald wird das Grab nicht einmal mehr die Milch seiner Mutter brauchen und auf sich allein gestellt sein. Es gibt keine Ehe, kein Familienleben, kein Privatleben. Aber beim Menschen ist es alles anders. Der reine Fortpflanzungsprozess ist bei allen Säugetieren derselbe. Aber darüber hinaus ist alles anders. Der einzige Zweck von Sex bei Tieren ist die Fortpflanzung. Aber Menschen sind anders. Bei Menschen ist die Fortpflanzung nicht der einzige Zweck von Sex. Ein weiterer Zweck ist die Ehe. Und es gibt noch einen dritten Zweck. Der neugeborene Mensch steht nicht sofort auf und geht zu seinem Essen. Das winzige Baby ist absolut hilflos. Es hat ein paar instinktive Reflexe, aber keinen Instinkt im strengen Sinne des Wortes. Es hat einen Verstand, aber bei der Geburt hat es noch kein Wissen in seinem Kopf. Es weiß bei der Geburt praktisch nichts. Es muss unterrichtet werden. Es braucht Eltern, die es unterrichten. Es reift sehr viel langsamer als Tiere. Und für dieses höhere Ziel sind die elterliche Führung und das Familienleben notwendig. Denn Gott hatte gesagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Gott schuf das Vieh nach seiner Art, nach der Art des Viehs. Er schuf alles Geflügelte, alle Vögel nach der Art der Vögel. Aber den Menschen schuf er nach seiner Art, nach der Art Gottes. Nun, so ein Unglaubliches für diejenigen klingen mag, die die Offenbarung der Wahrheit Gottes nicht verstehen. Und das tut nur eine verschwindend kleine Minderheit. Gott ist eine Familie. Und im Menschen pflanzt Gott seine Art fort. Der Mensch hat das höchste Potenzial, tatsächlich in die göttliche Familie hineingeboren zu werden. Nun, verstehen Sie. Erfassen Sie diese kolossale Wahrheit, wenn Sie es können. Hier ist die größte Wahrheit, die Sie jemals erfahren können. Von allen Lebensformen, die Gott geschaffen hat, kann der Mensch und nur der Mensch in die Familie Gottes, das Reich Gottes hineingeboren werden. Tiere haben nie eine familiäre Beziehung gehabt. Engel hatten noch nie den Status einer Familie. Die familiäre Beziehung ist eine Beziehung auf der Ebene Gottes. Nicht auf der Ebene der Engel. Und Gott hat sie dem Menschen geschenkt. Denn der Mensch soll in die Familie Gottes hineingeboren werden. Von allen Lebensformen, ob Pflanze, Tier oder Engel. In Gottes Gesamtserschöpfung wurde der Mensch allein für die Ehe geschaffen. Für ein Heim und Familienleben. Nun, versuchen Sie es zu begreifen. Denken Sie an die Bedeutung. Diese Wahrheit wurde vor einer getäuschten Welt verborgen. Der Mensch besteht nun aus Materie, aus Staub der Erde. Doch im Menschen und nur im Menschen ist Gottes Schöpfung noch im Gange. Der Mensch kann sich durch die Reue, Hingabe an Gott und Annahme von Christus in seinem Denken und seiner Einstellung bekehren. Er kann Gottes Heiligen Geist empfangen. Und so werden sie tatsächlich als Kinder Gottes gezeugt. Sie können direkte Gemeinschaft mit Gott haben und ihn Vater nennen. Es ist sozusagen eine Vater-Sohn-Beziehung zu Gott, die wir haben können. Und das ist bei keinem anderen Geschöpf möglich. Nicht einmal bei Engeln. Engel wurden nicht von Gott gezeugt und können auch niemals von Gott geboren werden. Jeder Engel ist eine eigene Schöpfung. Kein Engel kann jemals ein Teil der göttlichen Familie oder des Reiches Gottes werden. Nun beachten Sie. Von den Engeln sagt Gott, denn zum Wäldchen der Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und weiter. Ich will ihm ein Vater sein und er soll mir ein Sohn sein. Das ist von Hebräer 1, Vers 5. Weder ein Tier noch ein Engel, noch irgendein anderes Wesen außer dem Menschen kann buchstäblich durch einen geistlichen Fortpflanzungsprozess gezeugt und dann tatsächlich in die göttliche Familie hineingeboren werden. Was für ein unvergleichliches, überragendes, ehrfurchtgebietendes, atemberaubendes Potenzial. Nun, es war natürlich Gottes Absicht, dass die Menschen im Gegensatz zu Tieren, Engeln oder anderen Lebewesen in den Genuss der Segnung von Ehe- und Familienbeziehungen kommen sollten. Tatsächliche Beziehungen auf der Ebene Gottes Die ehelische Beziehung musste, wie erklärt, eine Liebesbeziehung sein. Aber der fleischliche Mensch wird nicht mit geistlicher Liebe geboren. Das geistliche Verständnis des Menschen, sein Ausdruck von Liebe, beschränkt sich naturgemäß auf die physische Ebene, auf die Sinne. Der umbekehrte Mensch kann nur körperliche Liebe ausdrücken. In der Ehe durch Sex Der erste Mensch, Adam, wurde, wie wir alle, mit einem menschlichen Geist geschaffen, der dem Gehirn einen physischen Intellekt verlieh. Aber der Mensch wurde geschaffen, um einen anderen Geist zu brauchen, den Heiligen Geist Gottes. Doch nur die wenigen, die speziell und individuell von Gott berufen wurden, haben Gottes Geist und damit die Agape-Liebe. Der Mensch hat die Wahl. Er hat also die volle Fähigkeit, die körperliche Liebe in die falsche Richtung der Lust zu lenken. Und Gott hat in meinem Verstand ausgestattet. Er hat die Fähigkeit, zu unterscheiden, zu wählen. Was er sät, wird er natürlich ernten. Entweder geht er in die falsche Richtung oder in die richtige Richtung. Als Gott den Menschen zu einem physischen Wesen machte, war es immer noch sein Plan, unser größtes Glück zu ermöglichen. Von allen wirklich angenehmen Erfahrungen, die man mit den fünf Sinnen machen kann, ist die vielleicht intensivste und höchste, der Gipfel des reinen Hochgefühls, diejenige, die man beim Sexualakt erhält, wenn man seine Liebe zu demjenigen ausdrückt, der einem von allen Menschen auf der Erde am liebsten ist und mit dem man von Gott selbst in einer gesegneten, heiligen Ehe verbunden wurde. Gott hat uns geschaffen, damit wir den Geschmack köstlicher Speisen, den Klang schöner Musik, den Anblick in der schönen Landschaft oder eines Blumengartens und den Duft lieblicher Rosen wirklich genießen können. Die richtige Ausübung unserer Sinne ist richtig. Gott hat dieses Vergnügen und diesen Genuss gewollt. Gottes Liebe und Gott hat seine Liebe zu uns dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er diese Genüsse ermöglicht hat. Doch die wohl intensivste aller körperlichen Freuden, die Gottes Liebe ermöglicht hat, ist die sexuelle Liebe zwischen Mann und Frau. Er sollte sie einander näher bringen, sie enger aneinander binden. Es war Gott, der diese fünf Sinne erschaffen und sie mit ihren verschiedenen Reizen so dynamisch in Aktion gesetzt hat. Und Gott sah alles, was er geschaffen hatte und befand es als sehr gut. Gott möchte, dass wir das Leben genießen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir wahres Glück finden können. Hier und jetzt, wir können einfach Glück und Freude ausstrahlen. Sein Gesetz ist der Wegweiser für den richtigen Gebrauch dieser Kräfte, die zu freudigem Segen oder schrecklichem Fluch führen können. Und er hat uns die Wahl gelassen. Gott hat uns die gesegnete Ehebeziehung und die gottgewollte Familienbeziehung geschenkt. Die Liebe ist der Weg Gottes. Aber der natürliche Mensch kann sie nur physisch ausdrücken. Aber wenn schon die körperliche Liebesbeziehung in der Ehe Freude und Vergnügen bringt, wie viel mehr dann die geistliche Liebesbeziehung, die in der Ehe zum Ausdruck kommt, wo sowohl der Mann als auch die Frau von diesem zweiten Geist erfüllt sind, dem Heiligen Geist Gottes. Nun, da der Mensch also von Natur aus nur eine menschliche und körperliche Liebe ausdrücken kann, kommen wir zur Antwort auf die wichtige Frage, warum Sex? Der Schöpfer wusste in seiner Weisheit, dass Sex notwendig war, um die Ehe und die familiäre Beziehung in echter Liebe zu erhalten. Gott wusste, was er tat. Gottes Antwort an diese unglücklichen, frühen religiösen Väter in ihrer keuschen Stränge lautet, Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, soll der Ton zu dem, der ihn geformt hat, sagen, was hast du gemacht? Das ist Isaiah 45, Vers 9. In Isaiah Kapitel 29, Vers 16 heißt es, wie kehrt ihr alles um? Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spreche von seinem Meister, er hat mich gemacht, und ein Bildwerk spreche von seinem Bildner, er versteht es nicht. Sex wurde in Gottes liebevoller Weisheit erschaffen, um diese heiligen, göttlichen Institutionen von Ehe, Heim und Familie zu ermöglichen. Sexualität wurde geschaffen, um die reine romantische Anziehungskraft und Liebe zwischen einem Mann und einer Frau zu stimulieren, die sich für die Ehe gepaart haben, um sie mit dem Wunsch zu inspirieren, ihr Leben, ihre Probleme, ihre Prüfungen und Sorgen, ihre Hoffnungen und Erfolge untereinander zu teilen, um die Planung und den Aufbau eines glücklichen Heims zu genießen und eine glückliche Familie zu gründen. Gott hat Sex geschaffen, um reinen, rechtschaffenen, sauberen und heiligen, reinen Segen zu erzeugen. Er hat ihn als liebevolles Band geschaffen, das ein richtiges gepaartes Paar nicht nur zum Heiraten inspiriert, sondern diese Ehe in Liebe bewahrt. Sex sollte ein anziehender Magnet sein, der Mann und Frau mit zunehmender Liebe immer näher zueinander bringt, um kleine Irritationsstörungen oder Missverständnisse zu überwinden, die auftreten können. Doch gerade dieses Band, das die Ehe fest zusammenhalten sollte, ist auch das Band, das, wenn es missbraucht und pervertiert wird, mehr Ehen zerreißt als alle anderen Ursachen zusammen. Wenn es missbraucht wird, kann es zu albtraumhaften Scheidungen führen, Häuser und Leben zerstören, Kinder ohne Eltern zurücklassen und jugendliche Straftäter hervorbringen. Heben wir den Sex für die Ehe auf, wenden wir uns dem Weg all der glückseligen Freuden und Segnungen zu, die Gott ermöglicht und beabsichtigt hat. Nun, ich möchte Sie nochmal am Ende dieses Programms auf die kostenlose Literatur aufmerksam machen, auf unsere Broschüre Warum heiraten? ist die Ehe überholt. Sie können die kostenlose Broschüre unter info-ediposaunen.de beantragen, indem Sie uns ein E-Mail ticken, oder kostenlos auf unserer Webseite herunterladen, sowie kostenlos beantragen, indem Sie sie in Ihren Wagenkorb legen und dort Ihre Adresse eingeben. Und wir werden sie innerhalb von zwei Wochen zu Ihnen senden. Also, lassen Sie uns wieder bis zum nächsten Mal allen nachstreben, vollkommener von jedem Wort Gottes zu leben.